Okay, was haben wir denn hier? Kevin mit der nächsten Drei-Bett und Pharao mit ******. Den seh ich da nicht vorhin. Ich seh den Pharao überhaupt nicht vorhin, aber in der Hand erst recht nicht. Einigt euch noch einmal auf die Pottgröße und dann Sprechen. Also Pharao-Call, Vize-Call, drei Spieler. Okay, jetzt hab ich besser gestanden. 2,5,10. Kevin mit dem Check. Pharao ist keiner, der dann auch checkt. Pharao wird hier auf alle Fälle ein Bett anbringen. Wie ich ihn kenne, wahrscheinlich so zwei. Ne, er checkt. Noch eine 10. Guck mal, Kevin jetzt hier ein Bett anfasst. Ich glaub, Kevin will noch einen riesen Pott heute spielen gegen Pharao. Das hab ich so im Gefühl. Die sind so deep jetzt, die beiden. Die sind ja auch unsere Protagonisten heute. Der Rest ist ja nur so Beiwerk. Sag ich jetzt einfach mal, ohne respektlos wirken zu wollen. Das sind die Spieler, die quasi jede Hand spielen und jede Hand gegeneinander spielen. Ich glaub, da kommt nachher noch ein riesen Pott zustande. Also Pharao glaubt dem Kevin hier nix. Und jetzt kommt das dritte Karo. Kevin checkt. Kurzer Blick auf den Kontrollmonitor. Der Pharao guckt immer, wie viel im Pott drin ist. Was ist das? 3. 3. 3. 3. 4. Ah, ok. 3. 4. Da seh ich Kevin nicht callen. Auf keinen Fall. Ich glaub, der wird da hier fohen. Kann mir nicht vorstellen, dass der Kevin hier einen Call findet. Überleg zwar noch kurz. Nee, er callt sogar. Pharao hatte einen riesen Spaß. Also der ist echt Gold wert für die Runde. Spielt jede Hand. Jeder spielt gegen ihn die Hände. Der hat nie viel, aber er hat immer was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.